Das Rack wird nicht grundlos auch als Königsgerät bezeichnet. Die Turner beeindrucken mit einer spektakulären Flugshow. Timing, Flughöhe und Drehgeschwindigkeit müssen innerhalb von Sekunden perfekt getroffen werden. Fließend müssen die verschiedenen Griffwechsel, Felg- und Umschwungbewegungen mit Flugelementen kombiniert werden. Ein sauberer Stand beim Abgang kann entscheiden über Sieg oder Niederlage.